Aber solche Mods kommen wahrscheinlich gar nicht auf die Konsole. Ich bleibe bei mir, das ist sick. Ja, da musst du schon eine Leistung bringen, da brauchen wir nicht drüber reden. Da musst du schon ernten. Aber wie gesagt, das geht ja im Verhältnis schnell. Und wenn ich mal voll habe, den Anhänger hält er ewig. Schafbrauen haben wir gesagt nicht viel, da ist das wurscht. Schafbrauen 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.